radis erben der löwen podcast der spieltagsrückblick radis erben der löwen podcast herz willkommen wir sind für euch da nach dem spiel bei preußen münster wo 60 münchen wieder mal unentschieden gespielt hat ja es war ein aufsteiger es ist aber auch nur ein punkt aus meiner sicht logischerweise zu wenig wir wollen über dieses spiel sprechen wo man schon sagen muss ja klar in vergangenheit was immer wieder so dass sich aufsteiger in der dritten liga im ersten jahr immer verdammt stark präsentieren das das ist so das muss man so sagen es gibt unzählige beispiele dafür wie sehr aufsteiger für furore sorgen im ersten jahr keine frage nichtsdestotrotz ja also war preußen münster schon spielerisch überlegen und hat 60 da phasenweise schon ein bisschen an die wand gespielt aber was natürlich auch dazu gehört ist dass 60 sehr gute chancen hatte und die zum ganz großen teil wieder nicht nutzen konnte wie bei zwar wie bei frenezi und da musst du dann sagt dann eigentlich bei frenezi allerspätestens zu machen dann führst du 2 zu 0 und dann ist preußen münster mause tot und dann hat sich die sache erledigt das war wieder nicht so man hat dann spät wieder den ausgleich kassiert du hast heute olli gerade noch den 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 artikel veröffentlicht platz drei in der tabelle bis zur 75 minute das hat man doch irgendwann schon mal also das ist eine 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 krankheit die es unter michael kölner schon gegeben hat aber die frage die ich dir stelle olli wie kann es sein gibt das der trainer vor ist dass die mannschaft dass nach einer eins zu null führung das team plötzlich komplett destruktiv wird und sich nur noch hinten rein stellt ich verstehe es nicht es war komplett absehbar wir haben noch hin und her geschrieben haben gesagt so jetzt betteln sie wieder jetzt sind sie gleich dran und genau so ist dann gekommen warum ist das so ich verstehe es nicht ja tobi sehr erst mal ja das ist fußball einfach man muss einfach wissen man man führt eins zu null bei einem starken aufsteiger die haben jetzt sechs spiele in folge nicht verloren und das ist klar dass sie dann drücken und du hast vorhin gesagt wir sind her gespielt worden also das habe ich jetzt ganz klar nicht gesehen es war ein gutes spiel ein gutes unentschieden auf drittliga niveau aus meiner sicht zumindest es hätte auch da hat der trainer richtig gesagt auch zwei zu zwei drei zu drei ausgehen können dieses spiel ja und natürlich ist es ärgerlich wenn man dann in der 87 minuten diesen ausgleich kassiert vorangegangen eben eine zweikampf situationen in der luft wo man nicht mit dem freischuss reifen muss dann war eben waren eben michi glück und niki lang auch bei diesem bei diesem luftkampf indisponiert dann im strafraum wie der ball dann reingesegelt ist es war ja ein chip weil also der ball war relativ lange in der luft er hatte auch nicht diese schärfe gehabt ja und das ist natürlich dann unglücklich und ja und ich musste dann auch lesen bei mir im kommentarbereich dass auch ein torwart fehler war das natürlich absoluter quatsch ja das war so eine bogenlampe ins lange eck da hat der torwart 0,0 chance ja und da kann auch nicht raus laufen also wer das so sieht dann muss ich sagen schaut euch das noch mal genau an diese situation also den torwart muss man da von von der schuld freisprechen zu 100 prozent aus meiner sicht ja und klar und dann hast du im gegenzug mehr oder weniger das 2 zu 1 auf dem schlappen und ich sage mal so ein guter stürmer macht das 2 zu 1 dann ist ich sage immer das beste beispiel ist immer wenn ich immer sascha möllers heranziehe aber es ist so der hat diesen ball halt dann gemacht ja den den frenezi halt vergeben hat und dann wäre 60 mit drei punkten eingefahren mit einem 2 zu 1 auswärtssieg ja und dann wäre 60 auf platz drei gestanden und nicht auf platz 14 wie jetzt platz sechs glaube ich werden sie gestanden oder täusche ich mich da ja platz sechs habe ich gesagt das platz drei gesagt aber das war da war der freudscher versprecher ja ein freudscher versprecher das war der wunsch allerdings nicht ganz die wahrheit so wir wollen natürlich schon noch mal auch explizit jetzt über david richter sprechen der ein unfassbares spiel gemacht hat wahnsinn wie der sich präsentiert hat der ersatzmann von marco hiller der kurzfristig reingerutscht ist was der da alles rausgetaucht hat mit welcher bierruhe er da gespielt hat komplett und unaufgeregt als super abgeklärt sowohl auf der linie beim rauskommen also da gab es wirklich nicht den 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 leisesten kritikpunkt und torwart fehler war das ganz sicher nicht also da kann der torwart mal gar nichts dafür in so einer situation da müssen seine vorderleute reagieren und ja dass das glaube ich muss kann man kann man ganz klipp und klar festhalten ihnen trifft er überhaupt keine schuld und oli wir haben jetzt am dienstag gehört es gibt die entwarnung bei marco hiller also es ist nicht so schlimm was da mit seinem knie passiert ist aber marco hiller in allen ehren aber wenn du einen torwart da hinten drin hast ja so bombastisch so großartig hält wie dieser david richter am sonntag den kannst du eigentlich mal rausnehmen oder normalerweise nicht tobi es ist aber so david richter hat noch ein spiel jetzt gegen gegen freiburg zwei marco hiller wird am wochenende ausfallen ja und wenn er diese leistung bestätigen kann jetzt die er jetzt in in münster gezeigt hat dann hat natürlich trainer maurizu jakobaci keine einfache aufgabe ja für wen er sich dann entscheidet ich sage mal so ja also eigentlich spricht dann der trend für david richter ja und und ich muss auch sagen dass 60 einfach viel ruhiger hinten raus gespielt hat aus meiner sicht ja das war einfach das ist vorhin richtig angesprochen es war bierruhe im löwenstrafraum und das gefällt mir einfach das ist halt moderner fußball auch wobei ich sagen muss dass marco hiller eigentlich eine sehr sehr ordentliche saison spielt bis auf den patzer da beim 0 zu 1 in ulm hat er wirklich eine sehr sehr ordentliche saison bislang gespielt aber so ist eben fußball wenn wenn sich einer verletzt und dann kommt der andere rein und der spielt dann gut ja dann dann ist es dann schwer dann auch für den trainer was macht er allerdings beim torwart wissen wir auch ja dass der natürlich anders oft bewertet wird wie ein feldspieler was ich zwar jetzt nicht ganz verstehe aber gut der trainer muss natürlich auch der braucht eine gewisse kontinuität auf dieser position ist natürlich auch klar dass man torwart nicht jedes zweite spiel oder jedes spiel wechselt ist auch klar ja aber mit dieser performance die jetzt david richter an den tag gelegt hat ja hat er jetzt schon aus meiner sicht einen kleinen vorteil und ich habe ihn ja eigentlich auch in der vorbereitung besser gesehen als als marco hiller und trainer hat sich dann trotzdem für marco hiller entschieden weil er gesagt hat ja er will da nicht künstlich irgendwas verändern hat er ja prinzipiell recht weil er hatte schon sehr sehr viele veränderungen in der mannschaft vorgenommen auch jetzt in in münster 60 wieder mit sieben neuzugängen aufgelaufen also das ist nicht ohne und dann weiß man auch wie schwer sie sieht man ja auch an aminia bielefeld zum beispiel es ist nicht so einfach wenn wenn du eine völlig neue mannschaft aufbauen muss ja notgedrungen auch ja zwar ist der große wunsch des trainers dass er hier den kompletten kader umkrempelt das muss man auch mal sagen natürlich hat er dann noch einige korrekturen auch gemacht hat sich von meri skenderowitsch getrennt von von chris lanert getrennt ja aber er hat dafür auch neue spiele auch gebracht ja und jetzt sieht man es ja am beispiel david richter auch der kann dritte liga das hat er bewiesen ja ja auf alle fälle und man muss ja immer wieder sagen dass es bei den torhütern natürlich immer wieder sondern so eine bittere geschichte ist dass das auch nicht immer leistungsgründe hat also dass du ja also dann auch wieder durch durch kleine verletzungen änderungen auf dieser position hast wie oft hatten wir das schon bernd meyer reiner berg daniel und michael hoffmann absolut ich erinnere ich tue ich sehr gerne an eine geschichte aus 2000 daniel hoffmann hat damals mehr da war ja der stammtorwart in der saison 99 2000 hat auch damals bei die derbys gegen bayern münchen gewonnen im letzten spiel in kaiserslautern hat er sich ihren muskel angerissen ja hat noch vorher ein elfmeter von mario basler gehalten und der konnte dann eben nicht spielen in der chemis league qualifikation deswegen war michael hoffmann damals im tor gestanden und das muss man ja auch wissen ja also wenn sich jemand verletzt dann ist er eben der andere nutznießer irgendwie auch und jetzt könnte die situation wieder ähnlich kommen ja bei 60 münchen dass eben david richter die nase vor marco hill hat also ich bin gespannt wie sich der trainer da am ende dann entscheiden wird in jüngerer vergangenheit etwas jüngere vergangenheit gaber kiray michael hoffmann das das gab es natürlich dann auch in der zweiten liga also immer mal wieder solche situationen also bei gaber kiray war es ein bisschen anders gaber kiray wurde damals von mit gestevic verpflichtet und er war ganz klar als nummer eins verpflichtet worden oder ist als nummer eins verpflichtet worden und dann musste halt dann michael hoffmann damals ins gras beißen war zeitweise auch nur drei bei 60 münchen aber gaber kiray hat er bis mit 40 noch auf internationale ebene gespielt für sein land für ungarn also das muss man auch wissen ja und damals gerard poschner hat ihn damals rasiert und da ging es dann los und seine erste verpflichtung von poschner war damals stefan otega jetzt kann man natürlich nachträglich sagen ja schau er ist mittlerweile champions league sieger ja ich sehe den torwart nicht so überragend wie viele natürlich hat er sich entwickelt aber bei 60 münchen war es nicht einer hat er zumindest nicht zu den besseren teutern gehört in der jüngeren vergangenheit ja und zwar maßgeblich dafür verantwortlich dass wir jetzt uns über drittliga fußball unterhalten in letzter konsequenz müssen wir uns ganz klipp und klar so verdeutlichen das spiel in heidenheim war es ja das ist uns noch in bester erinnerung so jetzt kommen wir zur benotung der löwen also für so eine unglaublich grandiose leistung kann es nur eine note geben im tor für david richter bitte mehr davon note eins ja da absolut da musste ich gar nicht lange über nachdenken eben was ich ihm für eine note geht weil das war einfach war ein perfekter tag natürlich dieses gegendor dann in der 87 minute aber er ist halt auch kein hexer das muss man auch sagen den ball den kann er nicht halten ja also ich glaube auch nicht dass das ein ein gaber kircher diesen ball gehalten hätte vielleicht wäre da vielleicht raus gegangen aber das muss ich mal das müsste man ja noch mal genauer anschauen weil ich sag mal der kopfballschütze war schon ziemlich weit weg ich glaube der war so auf elf meter höhe und nicht jetzt unbedingt jetzt im zentrum also ein bisschen versetzt auch und zwei sie nicht ob 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 dann ein richtiger top torwart rausgegangen wäre ich glaube eher nicht und deswegen kann man david richter einfach nur die eins geben für diese leistung haben am vergangenen sonntag da kann es nicht rausgehen also weil weil das weil das aus meiner sicht aber auch wirklich ich habe es nur einmal gesehen so so ein bisschen versetzt zum fünf meter da geht kein trommert hin also das ist ja gut klar aber kirch ist schon oft rausgegangen aber es waren ja ungefähr ich weiß nicht sechs sieben leute vor ihm gestanden also das hätte wenig sinn gemacht da raus zu gehen also ich müsste mir das noch mal anschauen ich habe es erst auch erst einmal gesehen diese situation also was ich noch im hinterkopf habe wie gesagt es für ein tor das ist brutal schwer und 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 weil auch dann die kritik aufkam ja der hat gar nicht reagiert ja weil der kopfball einfach sehr sehr gut gesetzt war das muss man auch mal sagen der schütze also es war ein top kopfballtor ja also und wie gesagt david richter kann ich zaubern ja und wer in diesem spiel also seht es mir bitte nach aber wer in diesem spiel diesen torwart kritisiert der ist von der sportart recht weit weg also das ist leider das ewige thema immer dass dann natürlich am fernseher wissen dass alle viel besser dann in der zeitlupe und und dann gibt es halt die analysen wir wissen auch in deutschland gibt es 83 millionen bundestrainer jeder hat eine andere meinung das ist auch gut so das macht doch den fußball so reizvoll aber man muss schon wirklich bei den fakten auch bleiben und da sehe ich es eben so dass das richter da überhaupt keine schuld trifft an diesem gegentor absolut fangen wir damit seinen vorderleuten an oder machen wir da weiter mit kahn kurt ja das war eine eine gute vorstellung wie wir das meistens in dieser saison gezeigt hat hat also gibt es wenig auszusetzen aus meiner sicht war ein antreiber da hinten auf der seite und deswegen sind wir uns auch dabei eigentlich note zwei ja wie gesagt dem kann man auch nur die zwei geben aufsteigende tendenz eben schon super spiel gemacht gegen gegen dynamo dresden jetzt wieder eine sehr sehr ordentliche gute leistung und ja und da hat er jetzt sein sein stammblatt sicher und da muss ich jetzt mariz jacobacchi keine großen gedanken mehr machen wer rechts hinten spielt wer eindeutig gefestigter ist als in der letzten saison und das ist schon fortschritt das ist der kapitän also die binde die die macht ihn irgendwie auch noch mal eine nummer reifer und stärker ähm jespa verlad das ist das ist ja wirklich so dass man sich tatsächlich da elf verlads wünschen würde in der mannschaft ähm richtig gut ja also ich er ist ja auch er ist ja auch torgefährlich noch mal tobi also ich weiß ja dass du noch nicht irgendwie fußball gespielt hast zumindest nicht auf irgendeinem niveau das mal das mal ernste muss aber elf verlads heißt elf verteidiger von der einstellung von der mentalität auf jeden fall aber ich glaube dass du mit elf verlads äh auch nicht aufsteigen wirst ja weil du brauchst unterschiedliche spieler qualitäten und jespa verlad ist auf jeden fall ein spieler der haut alles raus ja der ist auch mit der kapitänsbirne gewachsen das hast du richtig analysiert aber du kannst natürlich nicht mit elf verlads spielen ist auch klar ich würde ihn uns auch nicht vorstellen aber du weißt was ich meine deswegen gibt ja natürlich das paket das paket bei jespa verlad stimmt und und er hat natürlich auch einen sprung gemacht im vergleich zur letzten saison und das war auch damals wie jespa verlad auch verpflichtet wurde ich war glücklich dass man so einen spieler verpflichtet weil einfach ein sehr guter typ ist er bringt positivität rein in den verein in die mannschaft und hat seine seine flüchtigkeitsfehler hat er mehr beiseite geschoben also er ist gewachsen und das ist auch ein verdienst des trainers muss man auch sagen er hat erkannt dass das genau der richtige spieler ist der den kapitän bei 60 münchen machen sollte und ja und das muss man auch positiv sehen und deswegen kann es für ihn auch nur die note zwei geben weil er hat nahezu jeden zweikampf gewonnen und 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 animiert so auch seine nebenleute eben für eine gute verteidigung so ist das also auch von mir die note zwei logischerweise für jespa verlad seinen nebenmann naja du hast gesagt bei dem gegentor mit aktien dementsprechend gibt es da eine abwertung auch von uns beiden für nicht gelangen note drei ja bei mir muss man ja sagen ich mache die noten direkt nach dem schlosspfeffer also nach der 90 minute und dann habe ich natürlich auch die bilder nicht vor mir ich habe mich bei ihm für für eine drei entschieden für eine gute drei nach sichtung der bilder muss ich natürlich sagen ja also wenn er vorher springt als 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 der gegenspieler der dann zum eins zu eins einköpft dann kommt der andere gar nicht in diese kopfball situation deswegen gibt es da auch einen abzug aber es ist trotzdem noch eine drei man muss ja auch sehen was 87 minuten davor passiert ist bei 60 münchen natürlich hatte preuß münster scharzen ist auch klar die haben euphorie man muss ja nur auf die tabelle schauen wo die wo die aufsteiger stehen jetzt klar machen wir mal lübeck aus ulm ist glaube ich auf platz drei momentan dann dann haben wir eben münster die glaube ich sich auf platz sechs verbessert haben und dann eben unter haaching spiel auch eine gute saison bislang also es ist immer so die aufsteiger euphorie und 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 im weiteren saison verlauf das kann man sagen wir haben münster zum schlechten zeitpunkt erwischt ja okay aber so ist eben fußball man kann sehr kein wunschkonzert der spielplan ja und und wie gesagt nicki lang das wird er selber wissen dass er da dass er da besser reagieren muss ja dass er reaktionsschneller sein muss aber es ist trotzdem noch eine drei bei ihm absolut fabien greilinger hat wieder gezeigt auf seiner außenseite dass er ein mentalitäts monster ist das ist hat sich jetzt bei den kommentatoren auch so durchgesprochen absolut eine eine erfrischende leistung von fabien greilinger vielleicht nicht ganz so stark wie das bei kann kurde fall war deswegen auch da sind wir uns eigentlich wahnsinn was ist heute los harmonie note drei ja greilinger hat wieder seine wieder eine sehr ansprechende partie gezeigt aus meiner sicht er ist so ein belebendes element ja man muss ihm auch mal fehler verzeihen er hat alles rein was er hat und und das macht ihn auch so wertvoll bis 60 münchen deswegen hat er aus meiner sicht auch seinen platz in der linken auf der linken seite in der viererkette sicher so dann defensives mittelfeld da sind wir bei niklas dann hat der ja mittlerweile leider seine fünfte gelbe karte gesehen hat da wären wir uns jetzt zum ersten mal nicht so ganz einig ja das war wieder eine eine leistung die okay war ich weiß jetzt nicht warum die ihm die vier gegeben hast für mich reicht schon noch zur drei das ganz ganz ordentlich eigentlich ja gut erst mal seine fünfte gelbe karte die spielt natürlich auch eine gewisse rolle aber aber gut ich erwarte man halt von einem von einem zentralen mittelfeldspiel einfach mehr mehr sage ich mal mehr übersicht auch natürlich hat er eine gute passquote aber ich erwarte man auch bälle eben nach vorne eben gute bälle nach vorne die auch dann eben die offensivspieler verarbeiten können das ist kommt mir viel zu selten bei ihm zum tragen und deswegen muss ich ihn auch so bewerten denn denn es geht ja nicht nur dass ein sechser sich nur noch auf die abwehrarbeit beschränkt sondern er muss auch positive beziehungsweise offensive akzente setzen und das ist ihm einfach zu wenig ja er macht natürlich oder schießt gute bälle vom halbfeld oder freistöße vom halbfeld keine frage aber das ist ja genau das problem toby diese umschalt situation die man ja trotzdem in münster ja auch gehabt hat ja mit mit zahlreichen chancen ich erinnere jetzt nur an die doppel chancen von von schwarz und von von schröter beziehungsweise von schwarz und schröter aber das war glaube ich der ball von von soleimani aber da kommen wir ja später dazu also ich erwarte mir von so einem spieler einfach mehr noch mehr präsenz einfach ja nicht nur die alibi bälle fünf meter zum nächsten spielen sondern auch mal wirklich bälle in die schnittstelle rein und deswegen reicht es da nur zur note vier für ihn ja was die offensiven akzente angeht tim rieder hat vielleicht ein bisschen mehr nach vorne getan ja aber wir sind da auch nicht nur nah beieinander sondern gleich auch was die noten angeht bei tim rieder note drei ja ich habe mich bei tim rieder auch für eine drei entschieden aber man muss ja trotzdem sehen woher kommt ja war sieben monate verletzt ja und er ist hat aufsteigende form so deutlich muss man das sagen und es ist schon ein klein wenig ein problem dass 60 eigentlich sagen wir zwei spieler hat deren stärken eher sag ich mal im verteidigen liegt ja und und da müsste sich trainer mauriz jakobaccio was einfallen lassen dass man sagen wir einen wirklichen stabilisator drinnen und der andere dann eben diese offensiv offensiv aktionen eben starten kann und deswegen kommt 60 dann auch in der offensive so wenig zur geltung oder so selten zur geltung und da muss er sich wie gesagt was einfallen lassen weil die beiden spieler sind zugleich das kennt man auch von der viererkette von der in verteidigung dass es eigentlich heißt einen erfahrenen spieler und einen schnellen spieler ist das gleich dann das ganze aus also du brauchst unterschiedliche spieler das ist immer wieder beim thema elf verlats zu haben nein das geht nicht sondern du brauchst unterschiedliche spieler dass du die qualität dann eben in der anfangsformation auch verbesserst ja und und das ist eben das was ich mir auch wünsche dass du zwei unterschiedliche spieler also ich sage mal so wenn jetzt zum beispiel ein mario schwörl noch bei 60 münchen da wäre dann könnte 60 den ball öfters vom eigenen tor weg halten ja und wer öfters am gegnerischen strafraum weil es einfach ein spieler war der nicht nur einen schweren tiefpunkt hat der sehr schnell ist der sehr gute technik hat der beweglich ist also die hat eigentlich alles mitgebracht leider konnte 60 münchen diesen spieler nicht halten und das ist aus meiner sicht sehr ärgerlich weiß es nicht nur ein großes talent war sondern war eine absolute bereicherung für 60 münchen und wie gesagt die spieler im zentralen mittelfeld bei 60 münchen sind zugleich und ja und da muss muss man so ein bisschen die ball ausfinden dass man da noch ein bisschen mehr offensivgeist rein bringt so über die außen haben das zum einen julian guttau zum anderen morris schröter gemacht julian guttau hast du schlechter bewertet als ich 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 fand ich fand es wieder recht ordentlich und auch kommentator christian strassburger hat gesagt dass ihm seine leistung sehr gut gefallen hat ich fand es auch tatsächlich ordentlich ich fand es jetzt nicht so großartig wie ihn strassi gemacht hat allerdings bekommt julian guttau von mir noch die note drei und wir kennen ja christian strassburger bei dem ist ja alles euphorisiert also muss sagen von julian guttau erwartet man natürlich dann auch offensiv aktionen ja flankenbälle abschlüsse das ist eben die position des links außen da ist er mal einfach moment also beziehungsweise momentan sei er war mal krank das muss man ja auch wissen er hat einen infekt gehabt und spielt auch in meinen bewertungen mit rein natürlich dass er einfach nicht bei bei diesen kräften ist die er normal hat er ist ein sehr kräftiger spieler sehr kraftvoller spieler aber das war zu wenig für mich ja das weiß er glaube ich auch selber deswegen kann ich ihm nur die note vier geben aber note vier ist immer noch ausreichend also bei morris schröter auch den bewerte ich tatsächlich besser als du war für mich wieder einer der besten an diesem nachmittag deswegen von mir die note zwei und von dir die note drei ja gut man muss natürlich schon sagen ich habe mir die situation noch mal angeschaut von morris schröter wie er da mehr oder weniger ist ein gegenspieler abhängen der bleibt liegen er muss das einzelne machen ja und natürlich hat der torwart schulze nie aus sensationell reagiert mit fußabwehr aber was man eben die bewertung auch mit einfließen lassen muss ist dass das morris schröter wenn man schon nach nach 60 minuten einfach platt ist das hängt natürlich auch damit zusammen dass er dass er einen ein ein sprint typ ist ja die muskulatur übersäuert da schneller als beim sagen wir bei einem dauerläufer das muss man auch wissen wenn man mal was mit fußball zu tun gehabt hat und er ist ja noch nicht im vollbesitz seiner kräfte das kann auch gar nicht sein er er kam relativ spät zu 60 münken natürlich hat die vorbereitung bei hanser rostock mitgemacht aber er war zweimal verletzt bei 60 münken und da muss man natürlich auch sagen er ist noch nicht im vollbesitz seiner kräfte aber trotzdem ist er natürlich wichtig für mich ist er der wichtigste offensivspieler bei 60 münken aber noch mal man muss das aus einer anderen sicht betrachten dieses ganze konstrukt diese dieses ganze mannschaftskonstrukt bei 60 münken denn die mannschaft ist erst relativ spät zusammengestellt worden ja und dafür kann der trainer nichts und die spiele auch nicht ja und deswegen muss man dieser mannschaft einfach mehr zeit lassen und du kennst meine meine sichtweise da tobi aber trotzdem du hast jetzt schröter die zwei gegeben ich die drei aber ich glaube da bricht ihm jetzt kein sacken aus der krone jetzt wenn er jetzt unsere bewertung sich anhört oder beziehungsweise auch meine dass ich ihn einfach schlechter bewertet hat es war einfach nicht besser als eine drei aus meiner sicht aber so ist eben fußball jeder hat eine andere meinung absolut und eben wo ich dir 100 prozent recht gebe dass dass sie da wirklich irgendwie an der fitness arbeiten müssen bei moritz schröter 60 braucht den über 90 minuten und nicht nur über 75 oder aber man darf auch nicht vergessen es ist auch nicht mehr der jüngste ja ich glaube jetzt ist er 29 geworden korrigiere mich wenn es falsch ist das beste fußballer alter also bitte ja noch mal das beste fußballer alter schon ja aber aber das bietet der große speed ja den als 25 jähriger 24 jähriger da kann es halt noch über 90 minuten dieses lauf pensum gehen und dann wenn du älter wirst und älter wirst du im fußball schon mit 28 29 ja da 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 trennt sich dann oft die die spreu vom weizen das hat aber nichts mit mit moritz schröter zu tun sondern insgesamt mit fußball ja natürlich sind die 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 sportwissenschaften heutzutage ganz anders als in den 80er oder 90er jahren das ist auch klar ja sie können vieles viel besser dosieren und auch aber mit dem muss man anders arbeiten als mit dem rest der spieler ja weil das ist der lebt über seine schnelligkeit ja und so eine schnelligkeit ist wirklich ein segen für eine fußballmannschaft das muss man wissen ja weil das einfach den unterschied auch ausmachen kann so dann gab es eine sehr große überraschung nämlich dass so die mani vom beginnern gespielt hat hat uns alle sehr überrascht er hat sich nicht wirklich mit leistungen aufgedrängt vorher ich kann mich das eine muss ihm wirklich zugute halten an einen großartigen pass erinnern den er gespielt hat aus dem fußgelenk raus wunderbar gespielt auf 20 glaube ich war es das war das war überragend aber am meer kann ich mich jetzt tatsächlich nicht entzünden es war der ball tobi es war der ball auf auf schröter der eigentlich 1 0 vollendet hätte werden müssen ja also und damit hat der trainer aus meiner sicht ja er hat genau das wollen eben dass das man mehr zug aufs tor hat und mit dieser situation ja wenn die jetzt aufgegangen wäre dann hätte man hinterher gesagt bei war dieser traum pass ja so war es halt leider eine vergebene chance ja es ändert aber nichts daran dass das sich trotzdem von soleimani mir mehr erwarte weil ich kenne ihn von waldorf mannheim da war er ein top spieler ja dass er diese form nicht mehr hat keine erklärung dafür hat er ja auch schon in englstadt nicht abgerufen aber ich fand es mal richtig vom trainer einfach mal so ein spieler mal reinzuwerfen und wie gesagt wenn 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 schröter das 1 0 macht beziehungsweise dann zwar zum anschluss ja dann dann sagt jeder meint war das ein traum pass von soleimani trotzdem reicht es bei mir nur guten vier er hat so eine guten viel reicht es bei jules war es bei mir nicht da wirst du jetzt erstaunt sein du hast ihm die drei gegeben er spricht immer von irgendwelchen liegen wo er mal hin möchte er spielt aber gerade dritte liga und wenn er in der dritten liga frei vom torwart steht und sich das eck aussuchen kann und den fragen kann wo bist du den jetzt eigentlich genau hin haben sagst du mir bitte weil wir haben zeit und er ist nicht in der lage ein tor daraus zu machen dann muss ich sagen dann verstehe ich die welt nicht mehr das muss ein tor sein und ich glaube du hast in einem ticker geschrieben so nach dem motto den den machen die sogar in der kreis klasse so ein ball der kreis liga ist eine klasse oder natürlich machen sie in der kreis liga ich wollte er wollte ihm nicht zu nahe treten also in der kreis liga machen sie so ein ball okay guter kreis liga stimmen macht den ball natürlich du hast völlig recht er will in die premier league nicht in die kreis liga und dann sollte er solche toren machen und dann gewinnt 60 münchen dieses spiel auch so einfach ist das und deswegen gibt es von mir eine schlechte vier ja aber du weißt schon wie er das 1 0 macht tobi also das muss man ja auch sehen also das weiß ich das weiß ich aber ein stürmer muss in diesem spiel wenn er diese chancen bekommt diese tore machen und das hat er eben da bin ich ja bin ich ja prinzipiell bei dir klar diesen ball muss er machen weil er hat vor allem auch noch viel zeit ja aus meiner sicht zumindest hier zum 1 0 1 zu schießen das hat er dann später wirklich in top man hier gemacht dass er drei spieler mehr oder weniger davon gelaufen und hat dann wirklich cool eingeschossen ins rechte untere eck und da hat er eben seine qualität auch gezeigt aber ich gebe dir natürlich recht dass ich mir von so einem spiel einfach mehr erwarte weil sein eigener anspruch ist ja auch viel höher ja er hat von der von der premier league gesprochen und jetzt werden wird die presseabteilung sagen mei warum hat er das gesagt nein ich finde auch spieler gut wie sowas sagen ja weil da kann man sie auch ein bisschen bemessen ja und ich sage aber trotzdem er muss auch an seiner fitness arbeiten was mir aber trotzdem aufgefallen ist auch positiv hat den ball diesmal viel besser abgeschirmt als in den vorwochen ja musste auch mal sehen gegen wen sich der wehren muss gegen zwei spieler teilweise ja und und das ist ja wie teilweise im ringkampf und 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 deswegen ist es einfach eine drei und wenn er das erste tor gemacht hätte dann und dann weiß ich nicht ob es dann eben zu seiner zu seinem 1 0 dann überhaupt gekommen zu seinem späteren 1 0 das kann man da nicht sagen dann hätte er theoretisch zwei tore erzielen können dann hätten wir beide ihn viel viel besser bewertet das wissen wir auch deswegen ist es aus meiner sicht eine drei bei ihm so dass es immer wieder so kleine aussetzer und eine pixel gibt in der verbindung liegt daran dass olli sich in der digital hauptstadt nummer eins deutschlands befindet in münchen in der landeshauptstadt wir kommen zu den jokern ist übrigens gestern rausgekommen also münchen jetzt nummer eins was die digitalisierung angeht ja habe ich ganz stark man sieht so und jetzt also zu den zu den jokern freikampfe tan hat der gelb rot gefährdet war in der 46 minuten nach dem wechsel rein ja alte platte note 5 ja ich muss auch sagen er enttäuscht mich ja nachdem er wirklich eine gute vorbeidigung gespielt hat aus meiner sicht ist es das nicht was man von ihm erwartet und ja man muss schon sagen man hat irgendwie das gefühl er hat einen freifahrtschein bei bei maurizio jacobacci denn natürlich der trainer hat ihn geholt als führungsspieler aber das kann er momentan nicht abrufen und wenn ein spieler diese qualität nicht abrufen kann dann muss er auf der bank sitzen das war ja zunächst auf der bank aber dann in wie gesagt 45 minuten die zeit zu geben hier wieder was zurecht zu rücken einerseits spricht es für den trainer aber andererseits muss ich sagen wenn es ist es nicht das erste mal gewesen dass frei nicht performt hat ja dann muss ich einfach sagen dann muss ich einfach was anderes versuchen und natürlich ist er ist er hat er gewisse ballfertigkeiten keine frage aber was mir halt wieder aufgefallen ist in münster in punkto geschwindigkeit und zweikampf verhalten das ist einfach zu wenig für die dritte liga ja vielleicht tut er sich in der zweiten liga leichter das weiß ich nicht aber so wie in der momentan form hilft der 60 münken leider nicht weiter in der 76 minuten kam albi frenezi für schröter in die partie ja er muss das zweite machen albi frenezi und deswegen ja sorry gibt es von mir die note fünf es ist muss ein tor sein und du hast ihm noch die vier gegeben es war die einzige szene die mir aufgefallen ist mit frenezi die muss er machen er war selber entsetzt dass er es nicht gemacht hat das hat man ihm angesehen ja aber so ist wie es ist ja ich glaube albi frenezi weiß es selbst dass er diesen ball machen muss ja er macht er auch prinzipiell weil er nur wenig im hat er von 60 haben so eine technik wie er auch vor dem tor aber ja wenn man es halt dann nicht schafft dann den ball so aus kurzer distanz dann reinzubringen er hat einfach nur ein eck anvisieren müssen dann wäre der ball drin gewesen hinterher dann versucht seinen fehler gut zu machen mit einem freistoß der leider auch nur in die mauer klatschte ja es ist eine vier zu mir reicht leider nicht dann 61 minuten starke nach rotsperre zurück für soleimani eingewechselt ja ich fand es ich fand es ganz ordentlich also es ist definitiv nicht schlechter geworden mit 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 manny stark ich bin sogar geneigt ihm vielleicht die note drei zu geben begründe warum du ihm die vier gegeben hast ja wie gesagt er ist ein spieler mit einer großen erfahrung und dann erwarte ich mal von so einem spieler auch dass er ein bisschen das zepter dann auch in die hand nimmt das ist ihm nicht so gelungen auch einfach mal um um jetzt die konnte auch dann auszunutzen oder auszuspielen auch und ja aber wie gesagt es ist eine gute vier da kann man jetzt sagen gibt man ihm eine 3,5 kommannoten habe ich nicht oder haben wir nicht deswegen habe ich mich dann bei ihm für die vier entschieden ja der glück haben wir gesprochen da brauchen wir jetzt nicht mehr großartig bewerten er war da auch mit dabei bei dieser situation die zum gegentor geführt hat das waren also die noten eins zu eins spielt 60 münchen gegen preußen münster jetzt geht es dann gegen die reserve von freiburg das wird sicherlich nicht einfacher ja ich bin mal gespannt wie sich richter verkauft so ein kleiner punkt in eigener sache ich finde es ja wirklich faszinierend was wir uns da teilweise anhören müssen über unseren podcast also ich habe mir jetzt sagen lassen dass ich ja nie ein spiel sehe von 60 münchen und dass ich eigentlich nur ein abo bräuchte um das im fernsehen zu verfolgen also der punkt ist der dass ich ungefähr in einer saison wenn es hochkommt aufgrund von beruflichen verpflichtungen dann ungefähr mal so zwei spiele nicht sehen kann von 60 münchen das ist mir leider gottes nicht möglich das sage ich dann auch dass ich das nicht durchgehend und und dauerhaft verfolgen konnte und das wird mir dann so ausgelegt dass ich ja nie ein löwenspiel sehen würde also das ist schon sehr interessant was man da teilweise zu lesen bekommt also in zukunft sage ich dann nicht mehr wenn ich bei diesen ein zwei spielen angekommen bin in einer saison da sage ich dann nichts mehr dazu da sage ich dann einfach ja klar ich habe es gesehen und bewerte dann eiskalt also wie du es machst ist es verkehrt das wollte ich nur mal gesagt haben weil das das ist mir echt ein anliegen also man man kann mich kritisieren man kann mir irgendwas vorwerfen aber dass ich die spiele nicht sehe von 60 münchen das kann man mir nicht vorwerfen also das ist wirklich ein absoluter wahnsinn das wollte ich bei der gelegenheit aber mal sagen weil das was da teilweise verbreitet wird das ist echt übel deutschland im jahr 2023 absolut und dann dann auch noch begründet wird warum warum dieses format nicht gut sein soll weil der eine das ja nie sieht also das ist schon schon interessant aber so werden meinungen gemacht in diesem verein und in unserem land das war es von uns das war es von radis erben der oli schaut sich jetzt noch ein bisschen das training an und ja dann sind wir gespannt wie sie 60 gegen freiburg 2 präsentiert wir wünschen euch eine angenehme woche bis dann servus ja